Das gibt's nicht. Da ist mein Ehrengast, der Trichter Ehe vom Schlosskramfest 2018 und 2019. Grüß mal besser. Du wolltest doch kurz was loswerden. Bei TV Blauze sind keine Schauspieler engagiert. Bei TV Blauze sind? Keine Schauspieler engagiert. Keine Schauspieler engagiert. Alles echt, ungeschnittene Wahrheit, unzensiert. Der einzig wahre Dokumentarkanal in ganz Samstag. Und wie gefällt dir das so weit mal besser? Prima, ne? Ja. Und wir haben extra so lange gewartet, damit der Trichter kommt. Und heute trainiert er keinen Trichter-Saufen, sondern heute trainierst du heute, mein Junge. Bisschen Neumerkfit, ne? Kann man nur empfehlen. Gutes Fitnessstudio. Was trainierst du heute? Bizeps, arme Beine? Natürlich. Ich empfehle, nicht so viel mit dem Kopf trainieren, mit dem Herz trainieren. Trainier, wie du Bock hast. Ich hab mir früher auch einen Plan gemacht. Das ist alles Quatsch. Trainier, wie du Bock hast. Wenn du jetzt denkst, ich komm, pump mir mal ein bisschen die Ärmchen auf. Mach doch noch die Schultern, das ist kein Thema. Wenn du danach Bock hast, auf die Laufbahn zu gehen, ist das auch kein Problem, okay? Und zu Hause ordentlich essen. Man muss sich jetzt nicht vollpumpen. Wir wollen ja nicht auf die Bühne, Michael, ne? Wir wollen ja nicht auf die Bühne, sondern lediglich gut aussehen für die Damenwelt. Oder die Männerwelt, weil Schwul ist ja auch jetzt sexy momentan schon. Hast du die Plakate gesehen? Schwul ist romantisch, oder was? Schwul ist, was weiß ich. Es gibt so eine neue Sendung, scheiß drauf. Wir sind ja nicht homophob, wir sind ja weltoffen. Und Michael, es hat mich sehr gefreut, dass du jetzt mal kurz was da noch zugesagt hast. Alles Gute für die Zukunft. Und wir sehen uns nächstes Jahr am Schlosskampffest, würde ich sagen. Ja, natürlich. Beim Trichtersaufen, richtig? Wieder an der Altbesetzung. Prima, Trichtersaufen. Ich habe gleich keine ganzen Überstecken, wie er will. Ich muss in der Alfa-Jagd gehen. Gutes Training, habe einiger. TV-Plauze, bis dann. Ciao. Das gibt es der T-Hail, das ist Wahnsinn. Der Ehrengast, der Trichtersaufen ist im McFit jetzt endlich angekommen. Das freut mich sehr, dass wir neue Mitglieder begrüßen dürfen. Dürfen wir das? Und, meine Freunde, würde ich sagen, gute Nacht. Alles Gute, bis bald. Trichtersaufen, gute Nacht. Trichtersaufen, gute Nacht. Gute Nacht, guten Pump, alles Gute, bis bald bei TV-Plauze. Die scheiße jetzt nicht aus. Scheiße. Jetzt. Dreck, Dreckskamera. Scheiße. Tschüss, meine Freunde. Leck mich doch, was kann ich jetzt doch sagen. Gebel Now. Gute Nacht. Ja. Gebel Now.